Es ist schon ein Aufwand, aber er zahlt sich aus, sagen jene Erwachsenen, die derzeit die Hackmatura nachmachen. Berufsbegleitend in der Abendschule der Hack-Oberpullendorf. Bereits seit zwölf Jahren gibt es dieses Bildungsangebot, was dennoch viele nicht wissen. Das Angebot ist kostenlos. Mehr von Margot Trobitsch. Schulabbrecher, Arbeitslose, Wiedereinsteiger und Einsteigerinnen in das Berufsleben. Die Palette jener, die die Hackmatura nachholen wollen, ist laut dem Studienkoordinator groß. In Oberpullendorf ist das Angebot der Hackabendschule gratis, denn es ist eine Bundesschule. Ich wundere mich dann immer wieder, obwohl es uns jetzt im Burgenland schon seit zwölf Jahren gibt, dass viele noch immer nicht wissen, dass es eine kostenlose Ausbildung ist. Und gerade jetzt in der Zeit, wo viele arbeitslos sind und wir haben es auch heuer schon gemerkt, dass wir viele Studierende haben, die den Job verloren haben und sich jetzt im kaufmännischen Bereich weiterbilden wollen. Zielgruppe sind natürlich Burgenländerinnen und Burgenländer, aber es gibt auch viele Studierende aus Niederösterreich und der Steiermark. Derzeit besuchen rund 60 Personen die Abendschule, Dienstag und Donnerstagabend von 18 bis 22 Uhr ist Unterricht und auch jeden zweiten Freitag. Die restliche Zeit wird zu Hause via Lernsystem studiert. Die Gründe, sich für diese Ausbildung zu entscheiden, sind vielfältig. Die Module sind sehr flexibel. Ich habe pausiert für ein komplettes Jahr, weil ich eine Babypause dazwischen gemacht habe. Und das ist natürlich ideal für Berufstätige oder eben, wenn man privat, wenn etwas dazwischen kommt, ist es sehr individuell, dass man es weiterführen kann. Der Aufwand ist sehr groß zeitweise. Man muss immer in Bücher lesen, Referate schreiben, für die Tests lernen. Und mit Wochenenden ist dann eigentlich Schluss, größtenteils. Der Aufwand lohnt sich definitiv. Mit einem gewissen Alter weiß man sehr wohl, was man schon haben möchte und was man vielleicht verpasst hat in der Jugend. Und ich glaube, man ist schon konzentrierter und weiß, was man will. Normalerweise dauert die Abendschule für die Hackmatura acht Semester. Aber das Modulsystem hilft beim Adaptieren. So können jene, die bereits den Haschabschluss haben, später einsteigen. Die Zentralmatura ist übrigens dieselbe wie in der Tageshack. Das Modulsystem. Das Modulsystem. Das Modulsystem. Vielen Dank.